Hallo und herzlich Willkommen, ich bin euer Mr. Werner1974 und wir sind bald voll mitzuhelf von School was Fun. Wir machen die Karriere, kann ich mich noch dran erinnern, wo wir waren? Ja, Level 42. Während Casanova sich vor den Mädchen wie ein Frau aufhört, scheint es Einstein völlig kalt zu lassen. Einstein ist sowieso meine absolute Lieblingsfigur. Der kommt aus der Hölle! Der geht mir nur am meisten auf den Sender. Ja. Ist dein Blut. Kannst aber weiter reinfahren. Wo ist denn jetzt wieder das Ding? So, kannst du drängen uns jetzt mal kurz für die Mädels. Der hat ja auch seinen Bonus. So, wo ist denn das? Kannst du jetzt auch mal da reinfahren. Der fährt sowieso alleine. Ach, die geht mir nicht in die Tour. Noch irgendwie so ein Angsthase. So, das ist gleich alles. So, wir gehen mal eben ein bisschen dahin. So. Dann kann ich die Anzeige einsammeln. Na, komm. Ich bin cool. Ich bin cool. Achso, ist ja eh voll. Ja, hab's gesehen. So. Und das. Noch ein Angsthasen mit. So. Dann müssen wir ja noch oben ein Angsthasen rumstehen. So. Ja, 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 ja. Das ist gut jetzt. Dann kann ich mal ein bisschen was nachdenken. So. Ja, 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 ja. Das ist gut jetzt. Dann kann ich mal ein bisschen was nachdenken. Wieso Kirimane sich die ganzen Dinger wieder nicht abliefern? So. Felix, ihr seid jetzt erstmal dran. So. Okay, erstmal so ein Globus. So, was wird der Vogel? Können wir einfach mitnehmen. Der wird sein Laptop. Wo ist der denn jetzt wieder? Ja. Man muss ja auch seinen ganzen Scheiß auch immer seinen ganzen Krempel verlieren. Da ist er einfach top. Ja. So. Ich bin erstmal abfertigend. So. Machen wir jetzt mal den Bonus. So. Du kriegst die Schlafmütze. die Scheißer. Ich hab sie nicht verloren. So. Ich geh jetzt in die Sonne. Einzelweise. Jetzt brauche ich die Angsthase. So, ich freu jetzt hier der Kawanova jetzt auch mal eben. So. So. Vielleicht auch mal eben wach. So. Ja, ist klar. So, und ich kann die hier erstmal nicht mitnehmen, sondern die komme ich erstmal. So, und dann kann ich sie mitnehmen. So, hier hätte wir den pinken Würfel, den Krister. Und Robi habe ich auch schon gesehen. Da. So. Es wird schon ein bisschen härter. Das ist nicht ein Score, auf den ich stolz bin. So, was haben wir jetzt? Das Wetter ist fürchterlich und leckes Bild für die Jungs. Wir tragen all die Dielen nur die schmutzigen, überlaunigen und verletzten Jungs. Ach, kommt wieder... Ach, kommt wieder Krankenhaus-Boy. Sorry. So, bevor ich loslegen, mach ich jetzt erstmal nicht fit. So. 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 Komm. Audi-Bonus. Oh, gut. Natürlich. Ja, wieder. Wer sonst... Ja, ist gut jetzt. Ja. Ja, da muss gerade hier halt mal warten. Oh mein Gott. So. Zack. So. Den auch natürlich mit. So. 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 Den können wir jetzt auch mal mitnehmen. Hier auch. Komm, wieder doppelkloppt Bonus. Geh es mir aber echt auf den Sender. Thanks. Simulantenboy ist mein neuer Freund. So. Achso, er darf ja wieder nicht. Ja, klar. So. Gehen wir das mal fangen. So. Boom, boom, boom. Ist gleich dran. Ist nämlich jetzt dran. So. So. Dann kommt die ganze Fraktion hier. So. Kommt wieder Beauty-Contest. Außerdem machen wir hier kein Angsthasenhausen. Natürlich. Es kommt wieder mein Freund Unfallboy. So. Komm, jetzt machen wir erstmal Randale. So. Zack. Kommt wieder. Kommt wieder. Kommt wieder auch noch. So. 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 Er kommt da hin. Er kommt da hin. Komm, können wir mal lustigweise mal reparieren. Natürlich, wo ist wieder Unfallboy? Das wäre die Welt ohne Unfallboy. So, ah, durch? Gut, dann schließen wir den Level auch mal ab. Schön. Aber zwei Stellen fliegt jetzt nicht mehr. Das war sehr ärgerlich. Mein Kaufen kann ja nichts mehr, ne? Ein neues Auto kann ich mir wahrscheinlich so nicht leisten. Ja. Jetzt soll ich das machen. Nicht bei dem Quatsch, den ich gerade hier zocke. So. Level 44. Einige gibt es bevorzugen große, volle Fahrzeuge. Für andere ist das völlig egal. Aber alle Fahrzeuge brauchen Sprit. Ist sicherlich nicht ganz verkehrt. So. Wo ist Globus? Da ist Globus. So, zack. Das ist jetzt ganz trickreich. Das ist jetzt vollkommen... So, okay. Dann tanken wir jetzt mal auf. So. So. Ein Stein ist uns ja wurscht. So. Jetzt jetzt mal Wolf sein Special. Mal tanken. So. Mal holen wir uns Robo. Mal holen wir uns Robo. Und dann haben wir da Gurly. Und dann weg. So, eigentlich sind wir hier wieder beim Special. Gratis. So. Ström hier haben wir auch weg. So. Wo ist so ein Robels Cube? So. Wir können ja mal Spaß machen. Aber die kann nochmal reparieren. Ich weiß nicht, ob das so groß bringt. Aber... Komm. Mal die Spaß-Fraktion. Wie. So. Hi, my friend! Wir haben da alle Boi. So. Das ist doch schön. Haben wir wieder den Jenny Laster. So, er sucht du... Das nehmen wir doch hier. Ach komm. Komm, Scurly-Fraktion. Ah, wäre jetzt schon wieder stinkig. So, dann gucken wir nochmal an, da wäre so ein Modellaster. Na gut. Wir haben dann noch Special. Dann kommen die rein. Ach, jetzt werden wir auch verkackt. Ah, nein gut, komm. Dann machst du auch mal ein bisschen wieder mit. So, er sucht wieder seinen Chemie-Baukasten. Da ist er. Okay. So, er gibt seinen Lachthock, kannst du haben. So, ich hab's noch rum. So, Schmeselhausen. So, das läuft mit ihm aus. Hi, hi, birds. Komm wieder her. Yeah. Hi, hi, bird. So. Schön. Das schaffen wir, glaub ich, noch ein Level. Level 25, der Wahlspruch von Casanova lautet, je mehr Mädchen, desto besser. Einstein hingegen hat ihm bloß lieber seine Ruhe, um nachzudenken. Da freuen wir uns aber. Das heißt, hätte Einstein jetzt auch gerne mal... Achso, wir haben hier nur noch einen Outart. Ja, super. Das mag ich hier wieder besonders. So, mit seinem Robo kommen wir in Christian. Dann sammle ich mal hier die ganzen Einzelgänger ein. So. Ja, jetzt machen wir einfach seine Einzelgänger. So. Ja, gut. Da ist er ja wieder. Entschuldigung. So. Ich kann die mal eben auch 40 Minuten. Hi. Hi, Bud. Hi. Hi, Bud. Du kommst mir gerade recht. So. 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 Jetzt machen wir mal Schlafwadenhausen. So. Das ist schön. Jetzt die hier mitnehmen. So. Dann haben wir das auch. So. Dann haben wir nochmal Angsthosen City. Oh mein Gott. Boah. Wie viel ist denn davon? So schüchtern sind die doch alle gar nicht. Jetzt hör doch mal auf hier. Ja. Und natürlich wieder Unfallboy. So. So. Ähm. Genau. Oh. So. So. Ähm. Auch weg. So. 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 Yeah. Ich hab den Herrn einfach mal drком lassen. Ich komm gerade ein. Ich mach den einen. So. Jetzt gucken wir mal. Also. Da ist da eh nichts mit. Ich muss den Schlaf siguiente weilen. Dann müssen wir vielleicht weiter hoch zeigen. Ich hab einen Gü reiter verwandelt. Jetzt machen wir mal Haudihausen. So. Das ist dein Ding, das Globus. So, machen wir jetzt hier. So, gucken wir mal. So, machen wir die Beine mit. Das sind keine Ahnung dabei. Zack. Ah, mein Level auch. Allerdings nur in einem Stern. Das finde ich nicht gut. So, dann würde ich sagen, machen wir in Folge 13. Im Dritten. Weiter. Ihr wisst, es gibt ja auch noch das Gewinnspiel für den lustigsten Kommentar. Oder den suffisantesten Kommentar. Gibt es einen Key zu gewinnen? Vielleicht gibt es auch mal irgendwann mehr. Mal gucken. Aber sehen wir uns in Folge 13 wieder. Ich bin euer MrWennel1974. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist ein Typ das Messer in Folge 155. Ich bin ja immer mit. Und ich mache das. Und ich mache das Gameinken. Ich mache das.